Ja, er hat jetzt schon seit drei Tagen hier rum. Ich bin den Ausgang nicht. Ich hab den Ausweg gefunden. Oh cool, wo? Hier lang, hier lang. In 3D? Quadruppel D. Oh, ich bin so gut. Siehste, da, Ausgang. Da sind wir doch niemals rein, oder? Ah doch. Da sind wir rein, oder? Ja. Yo, Tatsache. Äh, hallo Schweine. Schweine? Schweine! Schweine-Party, Schweine-Party! Bist du oben, oder was? Warum falle ich bitte so unglaublich viel an Nahrung, an Rot? Ähm, ich hab noch ein halbes Herz. Äh, wo kamen die jetzt rein? Die waren einfach hier. Nicht genug ausgeleuchtet, oder wie? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich nur noch ein halbes Herz. Das gefiel mir jetzt grad gar nicht. Ich glaub, wir sind lang genug im Nähter. Meinst du mich auch? Meinst du? Ja. Weg dran, wir müssen oben noch an deinem Gast vorbei. Den krieg ich. Aber vorher sollte ich volles Leben haben. Zumindest vorder als jetzt. Hallo. Na komm, ich hab vier Herzchen. Das reicht. Das riskiere ich. Alles klar. Ich hab doch... Nein! Nehme ich mein Schiff. Hau ihn! Hau ihn kaputt! Boah, wenn ich die ganze Spinner-Orgie da oben schon wieder höre, ne? Komm, komm, komm! Alles cool? Alles cool soweit. Mach nur keine... Oh, er ist schnell! Schnell! Hinter dir! Lauf! 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 Ähm... Ich muss im Tor drin stehen bleiben, ne? Ja. Warum bin ich jetzt unten? Aus dem Haus! Du bist bei mir übrigens. Ja, aus dem Haus gelandet. Du glaubst es nicht. Mein Freund, der Zombie-Pigman, der ist immer noch im Beidezimmer. Wo? Wo ist es? Wo ist denn im Beidezimmer? Hier. Im Schlafzimmer. Haben wir eine Zau mitgenommen? Wow! Okay, ich hab geleckt und zwar ganz groß. Okay, da ist er. Ich seh's. Hau ab da! Mann! So wollte ich ihn hinstellen, damit er nicht raus kann. Menschenskind. So, Kinder, abholt es waschen. Lass die Tür zu! Ich glaub, ich muss hier doch mal so das ein oder andere Plugin aufspielen, äh, damit ich mal hier sämtliche Türen und so verschließen kann, damit er mir nicht ständig durch die Gegend glatscht. Uah! Boah, nee. Also, nee, da ist jetzt echt nicht so meine Welt. Das, äh... Ich möchte Kleidung schenken übrigens. Äh, Wertsachen. Ich hab dir Kleidung geschenkt. Freust du dich jetzt? Oh, das ist aber schön. Da liegt, freust du dich. Ja, äh... Zieh's an. Los, zieh's an. Das heißt, äh... Ich darf jetzt gleich... Oh, okay. Ja, danke. Schön. Willst du jetzt auch noch meckern, oder was? Nein, nein. Nicht? Nö, sollte ich? Ich krieg Eisenkleidung geschenkt. Au! Mach das doch mal! Ja, und? Hm. Ich hab keine Pfeile mehr, so ein Mist. Oh, ho, ho. Don't you dare. Ähm, ich wollte jetzt was gemacht haben. Genau, ich wollte ein paar Bücherregale gebaut haben. Okay. Damit man mal ein bisschen höherwertigen Scheiß da rauskriegt. Apropos höherwertiger Scheiß. Dafür müssen, glaube ich, leider noch ein paar Rinder sterben. Und da steht ich meine Rinder anzupacken. Nein, das mach ich nicht. Ich bin... Nein. Nein, bist du nicht, genau. Ähm, was mach ich nicht? Äh, erstmal brauchen wir ein bisschen Papier. Ein bisschen Papier, ein bisschen Kuh, ein bisschen Eichenholz. Ich hab dir... Äh, du hast doch den ganzen Stack noch, ne? Ähm, welchen? Was? Papier? Ähm, gleich ja. Okay, gut. Dann hast du das immerhin gekriegt. 63 hab ich jetzt. Gut. So, jetzt hab ich auch noch acht Bücher. So, hier hast du noch sechs Papier von mir. Ähm... Ähm... Oben drei. Ähm... Was war das Maximum im Bücherregal? 12, ne? Für den Zaubertisch. Äh, ich mein ja. Fliegen da jetzt durch die Gegend oder nicht? Nee. Wieso nicht? Außerdem... Außerdem... Das mehr Sinn machen, wenn du... So, wenn der Luft zwischen ist. Ja, 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 ja. Blabla. Okay, das Holz geht kaputt dabei. Aber das ist gut zu wissen. Ähm... Das heißt, wir müssen das Ding irgendwo mal hinbauen, wo wir mehr Platz haben. Richtig. Das heißt, ich kann ja... Obwohl... Äh... Ich könnte ja schon mal anfangen, mein Dings zu bauen. Boah, Junge. Jetzt hör auf, hier die ganze Zeit durch die Gegend zu wuseln. Du musst mich tierisch nervös mit deinem Städling rumgelatsche. Alles klar. Ach, Mann. Dann weiß ich ja, wie ich dich nervös machen kann. Schön. Äh... Wo wollte ich jetzt eigentlich hingehen? Ich wollte mir... Aber können wir eigentlich mit dem Cobblestone machen, oder? Ja. Ähm... Ne, ich nehme das Zeug jetzt mit. Und gehe zu meiner Hütte. Ab, wo darf ich denn abholzen? Wenn Neusee ist, ist eigentlich... Das mache ich eigentlich. Ich fahre jetzt aber ab. Was? Pack den Baum an und du bist es Todes, das sage ich dir. Das ist mein wunderschön gewachsener Baum. Ja, schön gewachsen. Ja, gut, dann halt den. Warum musst du das denn alles hier schon bei mir? Geh doch weg erstmal. Geh doch weg. Gut, ich gehe weg. Und lass mein Schwein nicht raus. Ich hoffe, mein Schwein ist überhaupt noch hier. Ja, es ist immer noch da. Übrigens, hier sind sehr viele Birken. Hier ist ein Schwein. Nicht, dass er das rauslässt. Es soll raus, okay. Irgendwann, ne? Irgendwann wird dieser Junge Schmerzen haben. Und zwar viele. Wenn wir uns dann sehen oder hier? Egal. Immer. Okay. Kontinuierlich. Ah, da kommt mal eine wunderschöne Baumhütte. Die so überhaupt... Dieser poplige Stamm ist immer noch hierhert, ey. Egal. Es hält. Natürlich. Ich habe ja auch, wie man natürlich weiß, Baumologie studiert. Deswegen weiß ich, dass so ein Baum hält. So, Deckel drauf. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Platz. Ach, guck an. Hier haben wir auch noch Schweinehäute und sowas. Das ist ja auch viel schöner. Schweinehäute? Schweinehäute. So eine Schweinerei. Es gibt eine Schweinehaut in Minecraft? Ja. Und was macht man damit? Essen. Knuspert so schön. Äh, ich glaube, ich stelle jetzt den Zaubertisch einfach mal hier hin. Genau. Dann muss ich nochmal kurz die Bücherregale bauen. Ach, ich hätte ja auch noch eine obere Etage, ne? Ja, sieh ja! Dann baue ich das Ding hier oben hin. Wieso sagst du nein? Natürlich habe ich eine obere Etage. Ich muss ja sagen, wenn ich nein sagen kann. Weil du dann mal ausnahmsweise nicht lügen würdest. Oh, das wird so böse. Oh, verflucht. Was hast du jetzt kaputt gemacht? Äh, nee. Da ist ein Skelett mit einem verzauerten Bogen. Keil. Vielleicht Unendlichkeit oder sowas. Wäre doch zumindest mal was Schönes. Ha, ha. Äh. Hat nichts Tolles gedroppt. Nicht? Ah, ah. Na, so ein Mist aber auch. Ich bin mir gerade am überlegen, wo ich denn meine Hütte machen soll. Irgendwo in relativer Nähe zu Sebi und mir, würde ich sagen, oder? Ja. Du solltest auf jeden Fall nicht allzu weit nach Süden laufen. Weil? Das seine Gründe hat. Nennst du mir diese Gründe denn auch? Nein. Und das soll ich dir jetzt einfach um? Ja. Okay, jetzt fliegen auf jeden Fall welche. Wenn ich jetzt irgendwas rein tue, dann, ähm... Bahnhof? Werden auch schon höherrangige angezeigt. Das ist schon mal gut. Gehen wir mal wieder runter. Was passiert, wenn ich denn aus Versehen doch mal hingehen würde? Dann würdest du Ärger bekommen. Also ich sehe von hier auf jeden Fall meine Strandhütte. Das finde ich gut. Ah, ich sehe dich, ich sehe dich. Hallo, hallo. Da, wo du gerade bist, ungefähr. Da könntest du was hinzimmern eigentlich. Dann bist du nämlich so in der Mitte zwischen meiner Strandhütte, Sebi, dem Cobblestone-Spawner-Hütten-Ding und meinem Baumhaus. Wie hoch ich hier eigentlich bin? Geh, ich bin in der Mitte. Ja. Geh mal auf den Baum, dann dürft ihr mich sehen. Ich bin der Mann hinter der Scheibe. Hallo. Oh, nicht kaputt machen. Der Mann hinter der Scheibe. Da, da, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Ach, da oben. Hallo, hallo. Hallo. Ups. Liebe Kinder, klopft nicht zu fest an die Scheibe. Eure Eltern werden es euch danken. Ah, schön. Klopf, klopf, klopf. Ups. So, dann hatte ich mir jetzt gerade überlegt gehabt, ich könnte doch eigentlich hier, wo noch Gras zu sehen ist, noch ein bisschen, ähm, so stufenmäßig drüber machen, dass das noch ein bisschen geiler aussieht. Also noch geiler, als es so in der Hinschon aussieht. Ich weiß, könnte schwierig werden, ist aber so. Ich bin total von mir überzeugt. Das weiß ich. So, da wir jetzt hier so schön unseren Zaubertisch eingeräumt haben, mit Büchern, produzieren wir noch ein paar mehr. Bücher. Und denkt an, eine Straßenanbindung aus Kies dran zu machen, damit wir das noch wiederfinden. Ich habe aber nicht genug Kies. Ja, bei mir in der Kiste dürfte noch was sein. Alles klar, bediene ich mich einfach an deiner Kiste. Hallo, ich sehe dich. Hallo, hast du Nahrung für mich? Schon wieder. Da. Ja, da, da, da. Oh, geil. Dankeschön. Bitteschön. So, und ob wir wirklich richtig sind, das sehen wir dann auch beim nächsten Mal wieder.